Hallo, mein Absurker Ferrari von Electrolo Futura und in dieser Folge präsentiere ich euch unseren allerneuesten Elektro-Shopper und zwar den Chopper Blake. Und der Chopper Blake gibt es in der 45 kmh Version und auch in der 80 kmh Version und da heißt er Angry Blake. Und er hat in der 80 kmh Version einen 40 Ampere 72 Volt Samsung Lithium Akku und wie man sehen kann, hat er mega coole Reifen und auch eine sehr geile Scheibenbremse. Und wir haben das Modell exklusiv für Deutschland, da sind wir total froh und wie man sehen kann, ist der super top verarbeitet und deswegen wollten wir den auch unbedingt haben. Und vielleicht habt ihr den Roller auch gesehen, der war in Köln auf der Messe und der war auch in Mailand auf der Messe ausgestellt und da haben wir uns wirklich bemüht den zu bekommen, exklusiv für Deutschland, den haben wir jetzt auch. Und wie man sehen kann, ein sehr schönes Display, ihr habt natürlich die Fernbedienung mit der Alarmanlage, allem drum und dran. In der 45 kmh Version hat er 2000 Watt und auch einen 40 Ampere Akku, aber damit 60 Volt und ihr habt jeweils eine Reichweite von 100 Kilometern. Und natürlich ist cool, diesen herausnehmbaren in der 80 kmh Version, diesen herausnehmbaren Samsung Lithium Akku ist natürlich mega, hatten wir bis jetzt auch noch nichts von Samsung. Und hier hinten sieht natürlich mega geil aus mit diesen Fett-Tires, super cool. Aber der hinten, ganz so sieht der nicht aus, weil so er hat ja keine Straßensatzung in Deutschland, sondern hinten, der Kotflügel geht ein bisschen weiter zurück. Aber das seht ihr auf den Fotos auf der Homepage von Electrola Futura. Und unter dieser Box ist der Akku und wie ihr den jetzt rausholt, das zeige ich euch mal. Wie gesagt, alle Infos findet ihr auf der Homepage von Electrola Futura. Und hier, wie gesagt, könnt ihr diese Plastikkappe auch machen, die Kunststoffkappe. Und das ist der Lithium Akku, der wiegt so um die 15 Kilo, könnt ihr natürlich dann rausnehmen. Und wie ihr jetzt sehen könnt, dann zeige ich euch mal, wie man den rausnimmt. Der ist dann noch verkabelt, deswegen kann ich den jetzt nicht komplett hochheben. Aber 15 Kilo, denke ich, kann man gut, gut tragen. Und wie gesagt, zu kaufen gibt es den ab Januar 2023. Ihr könnt den jetzt schon vorbestellen, der Plague oder der Angry Plague. Und wir haben den Plague oder Angry Plague in vier verschiedenen Farben, in diesem schönen Grau oder Light Grey. Dann haben wir noch ein super cooles Grün, gefällt mir sehr, sehr gut. Und das haben wir, wie gesagt, für den Angry Plague und für den Plague haben wir immer die gleichen Farbkombis. Und das ist unser Bordeaux Rot, finde ich auch klasse. Es gefällt mir persönlich sehr gut, gefällt mir auch sehr gut beim HL 6.0. Und das ist der Lithium-Akku von Samsung, der 15 Kilo wiegt, wie gesagt, in der 80 kmh-Version. Und jetzt sehen wir den nochmal in diesem schönen matt-schwarz. Ist natürlich immer die Farbe, die am besten läuft. Und da sehen wir auch nochmal den Kotflügel, wie der aussieht in der deutschen Version. Man kann den Akku auch im Roller aufladen oder natürlich herausnehmen. Ist natürlich ein herausnehmbarer Lithium-Akku, wie bei all unseren Rollern. Ja, und wenn ihr das Video mögt, dann liked das doch, da freuen wir uns immer. Dann vielen Dank und wie gesagt, ihr seht den Roller auf der Homepage von Elektro-Roller Futura. In den 50 kmh bei Elektro-Roller und bei 80 kmh bei 80 kmh-Version. Dankeschön, tschüss. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektro-roller-futura.de Wenn du keines unserer neuesten Elektro-Roller, E-Scooter, E-Bike und Elektro-Kabinen-Roller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektro-Roller Futura. Dann geht's. Vielen Dank.